Ja, ich würde es mir ja im Fernsehen angucken, aber es ist ein bisschen spät, da müssen wir schon schlafen. Oder ein bisschen zu früh. Oder so gesehen. Wenn wir jetzt hier mal so auf unsere schöne Dachkamera gucken, gar nicht so schlecht in Berlin eigentlich. Die Hauptstadt hat es zumindest gestern und heute ganz gut getroffen. Absolut, und da macht das frühe Aufstehen dann auch, naja gut, Spaß noch nicht unbedingt. So weit würde ich nicht gehen, liebe Marira, aber es lohnt sich zumindest. Ganz genau, insbesondere heute. Kann man auch die Sonne genießen. Ja, aber Spaß, ne. Ja, heute schaut der Winter bei uns vorbei. Bis ins Flachland kann es dann auf den Straßen glatt werden. Schuld ist ein Tief über unserem Norden. Das lenkt nämlich über die Nordsee kälte Luft zu uns. Und das sogar nicht nur zu uns, sondern bis runter zum Mittelmeer. Dabei ziehen dann von unseren Küsten bis zum Mai Niederschläge durch. Ab 200 bis 400 Metern schneit es. Dann können schon ein paar Zentimeter Neuschnee in den Bergen im Westen und auch im Harz zusammenkommen. Und auch im Flachland kommen ein paar Flocken an. Liegen bleiben werden diese aber nicht. Ja, und trocken wird es dagegen dann ganz im Süden und von Berlin bis nach Sachsen runter. Also hier wird es wirklich ein netter Tag. Und in Thüringen kommt der Schnee dann auch erst gegen Abend an. Am Samstag sind dann überall Schneeschauer unterwegs und die Temperaturen gehen dann noch etwas zurück. Der Sonntag sieht mit Ausnahme des Südens dann ähnlich aus. Und in der neuen Woche wird es dann noch frischer. Also es bleibt winterlich. Das ist wohl doch nichts mit mir und dem Frühling irgendwie. Ich bin ein bisschen früh dran. Vielleicht muss ich einfach nochmal wegfahren. Danke, Mayra. Das ist ein guter Plan. Das ist auch ein sehr guter Plan. Das ist auch ein sehr guter Plan. Das ist auch ein sehr guter Plan. Vielen Dank.